Hallo zusammen, hier ist Viktor Smolski von Almanac. Nach vielen Shows im letzten Jahr haben wir entschieden, noch ein paar ganz besondere Konzerte an euch zu geben. Unsere Tour startet am 9. Februar im Hoppe Gun in Hump. Ganz besondere Location für mich, weil ungefähr vor 30 Jahren habe ich da meine erste Show in Deutschland gespielt. Um 19 Uhr geht los, um 21 Uhr starten wir direkt mit Almanac ohne Supportband, aber dafür eine ganz lange Setlist. Da kommen ein paar Gäste dazu von Rage und Minor Odyssey und wir rocken zusammen, nicht nur Songs von Zar und Kingslayer von Almanac, aber auch meine alte Hits von Rage und Minor Odyssey und Lingo Amortis Offenster. Wir sehen uns dann!